Hallo, mein Name ist Stefanie Kratzer. Ich bin 29 Jahre alt und lebe in einer WG mit neun anderen hilfsbedürftigen Menschen. Durch meinen Sprachcomputer, den Live Talker, kann ich mit dir kommunizieren, Fragen beantworten und sprechen. Du bist immer gut drauf. Du liebst Stimmung. Da wo was los ist, egal ob das jetzt ein Konzert ist, ob das jetzt ein Zusammensitzen ist, ob das eine Shoppingtour ist, ob das bei der Familie ist oder mit den Freunden, Stimmung ist immer ganz wichtig. Wenn wir dann das Bett fertig machen, dann drehe ich dann nochmal ordentlich Musik auf mit dem Disco-Licht und dann wird da Stimmung Party gemacht, nochmal vor dem Schlafen gehen mit David Guetta oder mit Ö3-Charts oder mit Schlager oder von mir war es mit dem Mittelalter-Rock. Kannst du dir das vorstellen? Wir zwei in der ersten Reihe jubelnd und jaulend. Die bist ja auch mit der ganzen Energie wohin, wenn wir zwei da auftauchen. Jetzt habt ihr schon einiges über Steffi erfahren und wisst, warum es ihr Freude bereitet, wenn gute Stimmung und gute Laune herrscht. Unter dem Hashtag Leben ist der Leben würden wir uns freuen, wenn ihr an uns Fotos und Videos sendet. Dankeschön. Oder Steffi, das war doch einmal frei jetzt. Wuuuuh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020